Also, als ich dann einmal so mit 18 oder so bei meinem Freund war, da, die Mutter, die hat einen Kaffee drauf, also, der Kaffee, der, der haut so rein, ich weiß nicht, danach kann man nicht mehr denken, man ist irgendwo anders, aber man kann sich nicht mehr konzentrieren, man wackelt, man will rennen, man setzt sich hin, man kann nicht sitzen, man steht wieder auf, man macht alles kaputt, was man anfasst, irgendwie kommt man zu nichts und Ja, genau Ja, genau Ja, genau